so kosmische autobahn klassiker okay ich habe nur zwei maids wie soll ich denn jedes mal nur zwei maids warum trifft es immer mich will doch mal einmal dieses event gewinnen okay wir sind gesehen hat gut damit dabei oh shit das war knapp das war miese knapp also weiter 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 immer weiter okay das war auch close das sieht gut aus sieht gut aus wenn sie mir erster let's go okay nice wichtig zweiter mädels auftritt und damit sind wir punkte gleich mit dem ersten mehr natürlich noch nice wenn der mail auch noch reinkommt für ein paar extra punkte und ein bisschen sicherheit maybe erster platz let's go hab ich da wieder 39 punkte wenn ich 39 punkte bekommen dann heißt es wir sind 39 leute das heißt das einzige team ohne einen mate ohne vier maids sind wir danke für den soundbuck das kann doch nicht sein kann ich da so viel pech haben okay die band zu telden ja das liegt ja eben noch gut bis auf die eine stelle also hoffe ich jetzt einfach mal dass es weiterhin gut läuft so jetzt go hier fliegt man zumindest nicht ins und raus wenn man von so dem ding gehettet wird sagte er und ist fast rausgeflogen weil er von einem ding gehettet wurde oh mein gott ey ich sollte echt ein bisschen entspannter spielen hier holy shit so weg hier ist nicht ein staubsauger naja gehen wir nicht auf den sack hier nein jetzt gib mir hexer so jetzt warten wir schon aufs hoverboard da unten ist es schon ich sehe es okay ein mate ist draußen nicht so schlimm doch schon schlimm weil wir jetzt sind wir nur noch zwei hier bin ich das letzte mal rausgeflogen es war sehr unentspannt und zwar hauptsächlich weil mich die ganzen fetten mates geblockt haben was seid ihr überhaupt für einen fetten fall guy holy shit okay 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 der andere ist auch raus okay kein problem ich habe noch ich habe noch gut vertrauen was kommt hier alles aber wort oh gott hier oben ist das ziel ich gehe auch mal schnell nach vorne du bist die staubsauger braucht man hier das hoverboard für jetzt sieht so aus hey jo was soll das hey jo hey jo what you jet oh fuck wie sagt der ist auf mich abgesehen hast du keine freunde oh no sag nicht die kommt zu spät zum hoverboard doch oh shit ich muss hier unbedingt hin okay passt ich frage jetzt wie viel kommen weiter vier und damit sind wir drin damit habe ich das gecarried oh mein gott ah will der sound bug ich verstehe nicht warum der sound immer so rum naja so weiter geht's weiter geht's sternkarte eigentlich recht einfach wenn man genau weiß wo man ist wie geht's dir mir geht's gut und dir okay können wir direkt da vorne zweimal ah delis schreibt da bist du wieder ja ich bin wieder da ich war Burger essen so grün da muss ich jetzt schräg rüber so ähm ah ich bin hier also nach vorne oh war das knapp jetzt zur seite und dann eins nach vorne wenn ich das richtig gesehen habe ähm nein es sieht so aus als müsste ich oh doch ich müsste schräg oh hier doch oh doch 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 und dann zur seite ja dann zur seite okay und dann nach vorne ey ich glaube ich bin einer der wenigsten die das gerade gecheckt hat und dann schräg wieder da was geht ähm nach vorne zweimal easy damit müsste ich erster sein weil es keiner gecheckt hat let's go ey delis ich hab nur zwei mates aber ich bin der einzige der es gerafft hat na okay jetzt haben sie es auch jetzt haben sie es auch so wie es aussieht komm schon mate komm schon mate ja schräg und dann noch zwei nach vorne komm mate komm let's go zwei nach vorne ab dafür ja trau dich let's go nein was machst du ey da vorne bro er geht zurück warum nein 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 mate nein nein oh nein egal egal der andere mate ist drin das heißt wir sollten gut Punkte geholt haben was macht der denn der mango ozelot okay ich glaube er hat es verstanden oh let's go let's go okay damit haben wir uns miese gut qualifiziert und dann kommt glaube ich auch schon das finale okay ich hoffe mal es kommt ich weiß nicht ob es hier in dem modus mehrere finale finale spiele gibt als nur das hex hex dings bums okay let's go es gibt zwei okay okay aber ich habe wieder außerirdisches außerirdische kacheln letztes mal hat es nicht so gut funktioniert aber vielleicht dieses mal ah ich habe das falsche layout eingeblendet fällt mir gerade auf jetzt soll es wieder gehen so okay wir hoffen einfach mal wie weit gehen denn diese wände wie schnell gehen diese wände zu naja es geht eigentlich komm warum schon wieder ja ich weiß auch nicht falls euch übrigens wundert ähm mein minecart ich nenne jetzt aber minecart ich streame auch noch gleichzeitig auf youtube deswegen werde ich auch manchmal da im nachrichten beantworten bloß der chat der angezeigt wird ist nur von twitch also ja falls du da ein bisschen verwirrt bist warum ich manchmal mit irgendwem anderen rede okay es sind schon vier ausgeschieden und beide meine mates sind noch drin oh god ein bisschen knifflig hier aber haben wir auch easy gecleared wand ist schon recht nah es geht mein dickkopf den habe ich leider nicht na komm wir lassen es mal wieder da kommt die wand da kommt die wand fragt ist wie geht man hier am besten vor ich weiß nicht ob außenbleiben Sinn macht oh da hat er versucht den abzukutten und ist dabei miese gestorben der victor bj 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 keine ahnung wie der hieß aber einmal gewonnen ja nice ich bin bei meiner allererste runde schon ins finale gekommen aber da sehr mies reingeschissen wo gehe ich hier eigentlich gerade lang okay das könnte knapp werden ja okay ein mate ist noch drin also es könnte und der mate ist nicht mehr drin ich hoffe einfach mal dass der typ hier oh shit ja doch ich gehe einfach mal hier zu ihm rüber hoffe dass ich ein bisschen was abkarten kann er hält mich fest so gehen wir hier hin und er bekommt wieder plattform oh das war knapp bleibt spannend ich mache ihm einfach mal hier plattform weg komm schon müsste klappen oder let's go und damit haben wir es damit haben wir den sieg geholt den ersten sieg in der neuen season mit nur drei leuten und ich habe das ja mal komplett gecarried sowohl die erste runde als auch die zweite und holy shit dachte nicht dass es so gut verläuft nice banyo 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 schreibt heles gg let's go nice 15.000 xp was zur hölle okay da seht ihr es gold 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 krass und damit bin ich fast kurz vor ohne krass hätte ja klappen können steh auf steh auf banyo steh auf was macht er okay mates das macht ihr richtig schlecht wisst ihr das ich fass es nicht ich fass es nicht was macht er denn ey ich bin so sauer er macht einfach alles kaputt was war denn überhaupt nur so wenig ich höh